Cheeky chicken, chika chika chicken chikk chikk chicken chikkity chik chikk So Leute und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Video von mir und zwar spielen wir heute wieder Minecraft Uhhh ich weiß nicht Ich will ziemlich lange nicht mehr Minecraft spielen, ich bin allgemein nicht mehr so lange am Let's Playen, nicht mehr so lange, was? So, ähm, nicht mehr so seit kürzlich, also, ja, heißt, heißt, ja, ähm, auf jeden Fall, ich bin jetzt diese Folge endlich mal mit dem neuen Mikro und, ja, ja, eigentlich das. Und jetzt, äh, oh, verdammt, so, jetzt, ähm, ich würde sagen, wir gehen wieder mal meinen, ein bisschen, wobei, nee, Moment, Moment, ich wollte noch was, äh, was anderes machen und zwar, mein Güte, ich kann mich noch daran erinnern, ah, wunderbar, so, mach ich jetzt mal zwei davon und zwar brauchen wir eben die Eimer und jetzt könnten wir kurz hier, was holen gehen und das zweite, genau und dann können wir theoretisch, wo machen wir das? Nee, das am besten gleich hier, nee, Moment, ich will das ja noch ausbauen, meine Güte, ich erschreckt da immer, jedes Mal, wenn ich, wenn ich ein bisschen nach unten schaue, sehe ich mein Mikro, ich denke, äh, ich habe ja immer noch was Hetzend an, wegen dem Sound, aber das Mikro, dann erschrecke ich immer so, das ist voll lustig, naja, ist ja auch egal, ähm, machen wir das am besten, ah, ich weiß nicht wo, am besten machen wir das gleich hier, ja komm, machen wir das mal hier, irgendwann verschieben wir jetzt dann einfach und jetzt können wir mal kurz das hier einfüllen und das etwas so ja, etwa die Mitte, 1, 2, 3, Böcke, 1, 2, 3, 4 da kommt, machen wir das Rennen, dann machen wir das symmetrisch, so, boah und, ja, jetzt haben wir das 1, 2, 1, 2, 3 ach, komm, machen wir das symmetrisch machen wir das symmetrisch, komplett so wenn schon, dann richtig so also so genau dann nehme ich hier Wasserrauch falsch, ist ja auch egal so und tu das hier so ja, das sieht nicht mehr so schlecht aus also jetzt muss noch das Dirt hier weggehen und dann sieht es nicht mehr so schlecht aus also, ähm, wir brauchen was brauchen wir denn, wo sind die Samen wir haben ja die Stadt oh, genau, hier sind die Samen so Steinhacke so, wo haben wir das gehen wir mal kurz alles so reinschmeißen übrigens ähm wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt was ich noch ändern soll im im Texture Pack dann bitte schreibt das bitte mal einfach weil ich will ja, dass es euch auch gefällt, vor allem also es ist ja vor allem auch wegen euch und ich will ja eben also ich ich finde es eigentlich schön wenn ich mit meinem Texture Pack spiele aber ich will ja auch, dass es euch gefällt deshalb will das mich wirklich sehr freuen wenn ihr ja eben, ähm hier das eben so unten einfach reinschreibt was ich noch ändern soll was ich besser machen soll und so weiter und so fort also ihr wisst ja, was ich meine etwa so komm, drei Samen das reicht noch lange nicht ähm da hinten hat es viel komm, gehen wir da hinten hin lalala schubte lup geil, ne? ja, ja so ok, neun Samen ach komm pflanzen wir das kurz an die Sonne geht sowieso gleich unter, glaube ich glaube ich jetzt mal so ist aber schön, dass ich dass ich das so flüssig spielen kann sehr schön also ich bin sehr froh, dass ich da einen neuen Computer habe ich kann jetzt alles ziemlich flüssig spielen und wenn ich es nicht so flüssig habe, dann kann ich immer noch die Seeweite, äh, so, ja die Seeweite irgendwas verändern und dann haben wir das gleiche ähm ähm so so na Huni, geht's gut ich würd gern haben wir noch Sand, haben wir nicht, ne? hier, dann mach ich mal kurz was ähm, hier die Cola aufteilen ähm so perfekt, haben wir das können wir das so reinschmeißen oh nicht mehr natürlich so perfekt ähm, haben wir noch genau Spitzhacken haben wir noch genug äh, gehen wir kurz schlafen zuerst so dann können wir nämlich gleich Sand holen und dann machen wir noch ein bisschen Glas also ja komm komm mal mit ja ja, ist okay ah man ich hab nix zum fressen na Huni oh, hier ist Kies ah, hier ist ja alles voll mit Kies jetzt oh oh Skelettchen wenn du willst, kannst du zum Skelettchen spielen gehen, ne Huni da, was weinst du ok ähm ich baue hier einfach mal ein bisschen ab weiß nicht wie viel wirks in den Stack mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht, glaube ich später vielleicht aber wir haben ja noch ziemlich Fiesern ja, mal schauen ob das reicht alles das ist äh hm echt knapp vielleicht fast ähm ja eben also ich bin hier weiter ja und ah man Mikro erschreckt mich nicht immer so haha haha ich erschreck mich mein eigenes Mikro man das ist voll kacke haha ok gut haha also ähm ja genau haben wir genug so Huni wieder zurück ja das war ein kleiner Spaziergang einfach spaßig also wir bräuchten vielleicht ein Pferdchen das ist ja auch geil hm 1.7 ist ja ich weiß nicht ob das neu ist und 1.7 und 1.7 das so viele Pferde hat in ähm bestimmten Biomen also zum Beispiel äh kein keine Ahnung ich weiß nicht also solche Grasbioma glaube ich sowas ähm aber Hilfe ist ja auch egal so ähm Glas ich finde es so komisch warum hat das immer so ein Strich oben also das hier so oben an der Teil in der Quick Bar da ist der Scheiße irgendwas hat das immer so im das hättchen ja warte hat es hat es Connected Textures wäre ziemlich geil aber ich glaube nicht ne nein ähm ist ja blöd ach scheiße ist ja auch egal komm ähm das bauen wir später mal fertig ähm dann was machen wir denn gehen wir mal in die Höhle ach komm lass uns mal in die Höhle gehen komm ist ja auch egal so komm 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 rein rein damit so perfekt können wir das reinschmeißen das kurz noch ranschmeißen so und jetzt Hundi oh ne noch nicht jetzt ähm und zwar muss ich noch was zum Fressen haben muss ich aber nicht haben was denn Scheiße also ich hab ich hab hier eine einzelne Pferderrüstung das ist geil sehr geil sogar aber ich hab nichts zum Fressen nichts ähm Hilfe ich verhungere guck mal her Hundi komm her Drecksack ach haben wir haben wir möglicherweise noch ein Jahr sehr geil ok dann haben wir trotzdem noch was zum Fressen so ihr seht ja gleich was ich machen wollte so perfekt genau ich könnte theoretisch ja komm lass ein bisschen mehr machen so komm na machen wir einfach das ganze Feld voll komm ist da glaube ich am besten das ganze brauchen wir hier sowieso nicht so viel und die springen einfach nicht das wäre vorteilhaft also ich fände es sehr schön wenn du nicht gerade das ganze Feld voll springen wirst weizen naja ähm sieht seltsam aus naja ist auch immer so ähm Brot haben wir ja und und backer Brot ja oh scheiße ist echt zweifelbeig getan ich bin so ein volltrottel wo ist das Brot hier ist das Brot perfekt Brotilein hallo also also es reicht erst mal so woher gehen wir jetzt da hinten komm lass uns mal irgendwo hingehen äh ich will einfach ein bisschen Fressen haben und ja ähm worüber könnten wir denn sprechen gerade heute also ich mach ja nicht so großes Zeugs ähm ich weiß nicht ich hab keine Ahnung wie heißt 10 Minuten schon oh man wir könnten über die Zeit sprechen ja voll voll cool ey ja ok also Zeit 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 ähm kann man nicht wirklich irgendwie gut beschreiben also es ist Zeit und es geht vorüber und definiere Zeit ja ähm Zeit ist die Zeit die vorüber geht meine Güte ist schlimm zum definieren ok ähm auf jeden Fall Zeit die Zeit die geht so schnell vorüber in letzter Zeit vor allem Zeit 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 ähm und ich hab wenn ich zum Beispiel in die Schule gehen muss hab ich einfach keine Zeit mehr schon wieder Zeit ey und das geht einfach immer so schnell vorüber und ich ich weiß nicht ich weiß nicht also manchmal wenn wenn ich nicht will dass sie vorüber geht dann geht sie dann geht dann rast sie einfach weg wie so ein Flitzer und ansonsten bleibt sie einfach so stehen vor allem in der Schule also oh Hundi man ich steh mir nicht vor meinen Füßen oder von vor der Fresse vorne mein Schwert am besten so denn also ich weiß nicht warum das so ist also ich glaub jetzt mal einfach dass wir dass wir wenn wir Spaß haben dann dann geht die Zeit sozusagen dann können wir die Zeit schlechte einschätzen und dann denken wir es geht noch viel langsamer vorüber ein Pferdchen yeah mehrere Pferdchen geil geil wir töten die äh Pferdchen wobei wir müssen sie gar nicht töten unbedingt wir könnten ja sie einfach blicken das ist doch ne coole Idee hey komm mal mit Hühnchen komm mal mit ah ich hoffe ich finde jetzt mein Haus noch wäre ja unvorteilhaft wenn da einfach mal mein Haus verschwindet yeah wo ist mein Häuschen keine Ahnung hey ein Hühnchen Hühnchen komm ins Team yeah 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 komm komm schon schneller chicken go 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 chicken go go chicken power ok also ich würde sagen gleich bald werde ich die Folge auch wenn bevor es würde ich gern noch die chicken shine bringen komm chicken 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 tig 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 t sagen hallöchen kommt man mit so chicken chicken chick 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 put 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 ich weiß nicht diese chickens die warum ein bisschen Zeit haha Zeit 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 sagt zu viel mal Zeit oh mein Gott wie die Zeit vorüber geht ja wir haben vier Minuten mehr nur um diese fucking chickens rüberzubringen ah da ist unser Haus chicken 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 er trink einfach nicht kleines Hinterling chick 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 wir brauchen noch ein bisschen chicken Nee, also eigentlich brauchen wir noch Zäune Aber hier haben wir Zäune, ich glaube schon, ne? Noch ein bisschen Zäune übrig Glaube ich Bezüglich hier eigentlich Ähm, wäre schön, wenn ihr irgendwo drinnen bleiben könntet Komm mal hier her Hier kommt, ich geh mal rein So, alle rein, stürmt herein So, einfach mal drei checken, die mir erfolgen, geil So, haben wir ein bisschen Zäunchen hier Kommt Kommt her, kommt her Gut So, chick, nee Chickadee, 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 chickadee So, können wir das mal ein bisschen weghauen So Perfekt, Moment Komm mal her Chick, chick Chick, chick Mann, chick, chick, geh mal nicht weg So, bleib mal her So Keine Erde mehr Erde, hier Danke für die Erde So Und jetzt Fertig Also ich würde sagen Wir nehmen uns mal wieder mal Und chicken, chick, chick Komm Kommt her, kommt her, chick, chick Chick, chick Wo bist du hin, hier bist du hin Ja, ja Bade zuerst So Ich will hier kein dreckiges Chicken haben So Also Komm, chick Jake Chica Komm Chica Hundi Hundi, 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 Hund Hey Backe Brot Oh, backe ein Brot aus Weizen So viel zum Backen Einfach Craften Yay Haha Cool Okay, ähm Ich würde sagen Ich brenne hier noch kurz dieses Scheiß hier Und dann würde ich sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Und bis dann Adios Leitchen Und Ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal